Hallo und herzlich willkommen die Freunde zu einer wunderschönen neuen Stream-Ankündigung für heute Abend Sonntag, den 21.06.2020. Ich möchte mit euch heute Abend mal wieder ein bisschen was zocken und zwar Hearthstone, wie eigentlich jeden Sonntag. Jetzt ist nur die große Frage, die ich euch stellen möchte, was würdet ihr gerne sehen? Habt ihr Bock auf Standard? Habt ihr Bock auf das Solo-Adventure, dass ich das einfach mal durchspiele? Schreibt es mir einfach mal ganz kurz in die Kommentare. Ansonsten werde ich wahrscheinlich so loslegen, dass ich das Solo-Adventure anfange, dass ich da irgendwie so ein, zwei Kapitel mache und dann gehen wir ins Ranked und spielen ein wenig weiter dort im Standard. Start des Films zwischen 20 und 20.30 Uhr. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Haut rein und genießt hoffentlich das schöne Wetter. Bis denn dann. Tschüss.